Moinsen Leute, wir spielen mal wieder ein bisschen Kirby und heute haben wir uns den Boss Addo ausgesucht. Der ist nämlich hier noch übrig im Cloudy Park, sonst haben wir hier alles abgearbeitet und mal gucken, was der so für Spezialgaben hat. Oh, das ist ein Maler. Was malt der denn? Ich sollte meine Spezialfähigkeit, glaube ich, wegwerfen. Oh, der wirft Gegner auf uns. Was ist das? Aber das entspricht ja sogar... Achso, das ist eigentlich der Gegner. Okay, verstehe. Na, das ist ja easy bis jetzt. Boah, was macht der denn? Ah, nein, nochmal. Das ist gemeingewesen. Gemeingefährlich. So, ha, was ist das? Okay, das war leicht. Aber er kann bestimmt noch einen malen. Ah, ich verstehe. Okay, das ist quasi Picasso in Person. Was ist das denn? Das ist so ein Anglerfisch. Die fand ich immer extrem unheimlich. Was macht der? Schießt der auch auf uns irgendwas? Ne, der sieht nicht so aus. Der springt einfach durch die Gegend wie ein Wahnsinniger. Oder schießt der doch was auf uns? Ja, solche Dinge. Was ist das? Aber diese Sachen kann ich nicht absorbieren. Nein, auch noch voll daneben, ey. Oh mein Gott. So, schieß mal bitte deinen Stern hier auf mich. Danke. Nein. Au, aua. Alter. Der trifft mich immer. Okay, ich glaube, ich muss das nochmal von vorne machen, weil ich sterbe. Und das ist uncool. Haha, damit hast du nicht gerechnet. Was? Ich habe doch getroffen. Ich will doch keine komplette Wurst. So, haha, das möchte ich gerne haben. Danke. So, boah, das macht ordentlich Schaden, ey. Ich bin froh, dass ich den Doppeljump habe. Oh mein Gott. Wow, das war knapp. Ich hätte gern... Nee, das nicht. Das nicht. Ich hätte gern so einen Stern, aber einen, den ich essen kann und auf dich selber zurückschießen. Das wäre toll. So ein. Danke. So, haha, besiegt. Oh, das war aber bestimmt noch nicht der letzte. Er hat noch einen im Petto. Oh mein Gott. Und ich habe nur noch... ...einen halben HP. Und das sind zwei Gegner auf einmal. Das ist ein schlechtes Zeichen. Was muss ich hier machen? Was, äh... Die Banane des Todes, oder was ist das? Oder soll es ein Mond sein? Sieht aus wie eine Banane. Ah, Hilfe! Shit. Na toll. Mit ein bisschen mehr HP wäre es hoffentlich besser gegangen. Das probieren wir jetzt nämlich aus, denn ich bin jetzt wieder voll aufgeladen. Allerdings werden meine Leben so ein bisschen knapp. So inzwischen. Na ja, probieren wir es mal mit Kirby ohne Nago. Und das sollte dann eigentlich klappen, oder? Vor allem, ich weiß ja jetzt auch so halbwegs, dass es auf mich zukommt. Von daher sollte das eigentlich schaffbar sein. Wow! Er fängt direkt damit an. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich dachte, er fängt gleich an wie eben, ey. Ah, ist ja random hier. Das ist ja vollkommen random. So, gib mir den. Danke. So, haha. Noch ein Treffer und dann bist du Geschichte, du komische Wurst. Bist du nicht eigentlich so ein Typ, der Feuer spalt? Und jetzt bist du eine Eis-Iteration diesesgleichen gegen das. Naja, okay. Er ist besiegt, um mit nur einem Punkt Schaden zu nehmen. Jetzt kommt wieder hier Anglerfisch. Fredo nennen wir ihn. Es ist Fredo, der Anglerfisch. Er will uns platt machen. Aber geschickt ausgewichen. Und was schießt er? Er schießt den Dingsens, den wir brauchen. Und schießt wieder voll daneben, okay. Das ist ein bisschen blöd. Oh, oh, oh. Jetzt schießt... What? Nein, ey. Das ist ja unfassbar. Wie unvorhersehbar sind diese Gegner? Haha, diesmal habe ich getroffen. Und ich muss ihn noch zweimal treffen. Na. So, kann ich bitte einen... Nein, so einen will ich nicht. Das will ich gar nicht. Will ich nicht. So, äh. Komm, bitte. Komm jetzt hier, gib mir so ein Ding. Danke. So ein Lebkuchenstern. Oh, noch einen direkt. Das ist ja sehr freundlich. Oh nein, Mist. Jetzt habe ich die Chance voll vertan. Verdammt. Hm. Ne, das sind nicht solche, die ich möchte. Er ist auch mit Elektrizität, ne? Hier sind alle Fische mit Elektrizität. Sogar, äh... Kein. Genau, kein heißt der. Ja, der gute Fisch, der unser Freund ist. Und jetzt müssen wir hier wieder gegen die Sonne und die Banane kämpfen. Die großartige Banane des Untergangs ist unser Gegner hier. So, werf mal deinen, deinen Brocken. Brauche ich. Du musst ihn noch auf die, auf den Mond schießen. Oder auf die Banane. Das ist eine Banane. Das ist jetzt offiziell so. Wow, gerade noch, äh, bekommen. Oh, was ist denn jetzt los? Kann ich dich auf, kann ich es auch auf dich schießen? Ja, kann ich. Okay, jetzt kommt was anderes runter. Nämlich, äh, so ein, eine Banane. Ja, wer hätte es gedacht? Suraka lässt grüßen. Hm. Ich hätte gerne noch eine. Danke. Nein! Voll ausgewichen, Alter! Was war das denn? Oh mein Gott. So, äh, hier bitte wieder einen Sonnenstein. Geil. Also, die halten doch ein bisschen mehr aus, als mir lieb ist. Oh. Okay, der eine ist, äh, Geschichte. Und was macht er jetzt? Er ist jetzt hier komplett, äh, aus, am Ausrasten. Ausrasten, oder was ist hier los, ey? Ich brauche so einen Blob. Ah, äh, ne. Okay, den habe ich bekommen. So, äh. Haha. Das war's für dich. Ah, du. Hä, doch nicht? Es kommt noch einer. Ach, du Scheiße. Oh, diese Wolke. Die kennt man ja auch als Kirby-Fan. Oh nein. Es kommt tatsächlich noch einer. Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Oh mein Gott. Ich bin doch schon voll low. Die Hälfte der HP habe ich nur noch. Und das muss ich auch noch gegen ihn hier catchen. Und, haha, aber da habe ich schon mal voll getroffen. Das ist schön. Das freut mich. Gib mir eins deiner Babys. Damit ich es auf dich schießen kann. Bitte. Brauche es doch. Nein, nicht den Thundershock. But your baby. Give me your baby. Die Mini-Wolke. Oh, das war knapp. Aber gerade noch mal so getroffen. Wow. Jetzt kommen wir aber viel auf einmal, ey. Oh, fuck. Das war daneben. Das war schlecht. Okay, mit seinem Ultra-Super-Laser ist er aber nicht so zielsicher. Der muss immer ein bisschen aufladen. Dem kann man gut ausweichen. Ich hätte aber gerne so eine Mini-Wolke, die ich auf dich raufschießen könnte. Also dieser Kampf wäre tatsächlich leichter mit einem Power-Up, das ich nicht habe. Oh Gott, wie... Aha. Komm, gib mir bitte so eine scheiß Wolke jetzt. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich hier den kompletten Part brauche, um diesen Boss-Kampf hier zu machen. So, wieder mal getroffen. Wunderbar. Geh mal ein bisschen nach unten. So. Ah, Hilfe! Hilfe! Okay. Erfolgreich ausgewichen. Er hat schon die Hälfte der HP verloren und ich noch nichts. Das finde ich cool. Nein! Nein! Claudies! Ich habe keinen gegessen können. Ich habe keinen essen können, müsste es heißen, wenn man richtig Deutsch sprechen möchte. Was ich mir ab jetzt vornehmen will. Ich möchte ab jetzt Deutsch sprechen und nicht mehr allzu viel grammatikalische Fails legen. So, bitte gib mir eins deiner Babys. Oh Mann, wieder voll daneben, ey. Ich bin so kacke. Komm, bitte schieß mal wieder hier Wolken aus dir raus. Ich brauche die doch. Das ist immer ein bisschen hier langwierig, aber zum Glück müssen wir ihn ein zweites Mal machen, falls wir gewinnen. Denn wir haben ja schon alle Glückskristalle dieser Stage und sonst hätten wir ihn nochmal machen müssen. Und so können wir uns einen Weg sparen, was ich ziemlich cool finde. So, ich hätte jetzt gerne, um ehrlich zu sein, wieder so ein kleines, äh, äh, Wölkchen, das ich auf dich schießen kann. Denn das hier ist ein bisschen langweilig gerade und die Leute schalten ab ohne Ende. Gib mir so eine Wolke. Danke. So, und stirb. Oh nein, der stirbt noch nicht. Äh, nein, ich will das haben. Stopp, warte. Okay. Okay, ein Schuss noch und dann habe ich gewonnen. Bitte noch eine Wolke. Nein, das ist keine Wolke. Also diesen Gegner gab es auch in Kirby's Dream Land 2, wenn ich mich nicht irre. Denn ich erinnere mich an so jemanden. Und ich habe ja bisher nur Kirby's Dream Land 2 gespielt und den anderen Super Nintendo Teil. Aber ich glaube, da gab es ihn nicht. Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Aber gut. Wir haben geschafft, oder? Oh nein, er ist auch noch hier. Was ist jetzt mit ihm los, ey? Er ist voll ausgerastet. Rage. Tschüss. Ja, der Künstler wurde geschlagen. Geil, das hat aber länger gedauert, als mir lieb war. Hm. Naja. Hauptsache geschafft. So, wir können den Weg zur Star Road nehmen und dann die letzte Welt betreten, welches der Eisberg sein sollte. Denn hier im Cloudy Park haben wir die komplette Dunkelheit. Äh, ja. Vertrieben. Also schön. Übrigens, nach dem Eisberg soll es noch die geheime Welt geben. Hyperzone. Die man freischaltet, wenn man tatsächlich alle Glückskristalle des Spiels sammelt. Und das habe ich ja bis jetzt gemacht. Und ich hoffe, das bleibt auch dabei. Ich hoffe, der Eisberg, die letzte Welt, die wir jetzt freischalten, geht gut vonstatten. Eisberg. Und es wird nicht allzu blöd. So, mal gucken, was man hier machen muss. Oh, die bauen einen Schneemann. Oh, voll mit so einer russischen Mütze. Was machen die für einen Mist, ey? So, äh, Eisberg. Die erste Stage und wieder mit Blumen. Äh, muss man hier irgendwas machen. Oh, hier sind gefrorene Kakteen. Das ist natürlich auch cool. So, erstmal voll durchspeeden und ein Power-Up unserer Wahl sammeln, nämlich den Besen. Boah, hier ist aber ganz schön viel los, Alter. Voll viele Gelegner. Na super, das hat ja lange gehalten. Oh mein Gott. So, äh, ich fliege einfach über euch rüber. Haha, damit rechnet ihr nicht, was? So, wir können uns den schönen Hintergrund angucken und die komplette Stage überspringen. Das ist nämlich voll tricky. Ja, diese komischen Hexen hier, die können mir gar nichts. Denn ich bin viel zu hoch für die am Fliegen. Und das ist eine sehr coole Sache. Oh nein, aber nicht für die hier. Haha, aber... Wow, das war eine knappe Sache. So. Erstes Segment schon mal geschafft, das ist doch toll. So, mal gucken, was uns hier noch so erwartet. Ich habe den Besen. Mit Nago ist das eine ziemlich coole Kombination, wie so viele Sachen, weil Nago ziemlich geil ist. Aber ich hole mir lieber mal so ein Feuerteil, weil in einer Eiswelt stelle ich mir Feuer ziemlich cool. Alter. Oh, voll genießt, ey. Ich weiß nicht, ob ich das rausschneide oder nicht. Ich habe ja schon mal in einem Part genießt, das war in Banjo-Kazooie. Und da habe ich sogar mit einem Countdown angezählt. Aber mal gucken, wie ich es hier mache. Das stelle ich mir sehr störend vor und sehr erschreckend auf einmal. So, was muss man hier überhaupt machen, ey? Ähm. Das Muster der ersten Stages einer Welt ist ja immer, dass man irgendwas mit Blumen machen muss. Mal musste man sie plätten, mal musste man sie gießen, mal musste man sie säubern, mal irgendwas anderes. Oh, und hier sehen wir schon Blumen, oder was ist das hier? Aber erstmal muss der hier weg, dieser Spacken. So, wie kann ich die denn jetzt befreien? Aha, so. Alles klar, man... Aha, die sind eingefroren und man muss sie quasi, äh, aufwärmen. Mit Feuer. So, man darf sie nicht niedertrampeln, denn das passiert immer mal wieder gerne. Und das ist ziemlich blöd dann. So, haha, weg. Autsch, das tat weh. Ich muss gucken, was hier drin ist. Vielleicht ist da noch eine Blume drin, das kann sein. Und ich habe nur noch einen halben HP, was mir nicht gut gefällt. Wie sieht dein Feuer-Move aus? Oh, der ist an sich gar nicht mal so schlecht, oder? Oh ja, auf jeden Fall besser als Rick, oder? Rick ist eine Wurst, Alter, ohne Ende. So, ich habe nur noch einen halben HP, das ist das, was mir ein bisschen Sorgen bereitet. Oh, oh. Oh, oh, oh. Das ist gefährlich, gefährlich. So, bitte nicht die Blume hier plätten, das wäre blöd. Und auch nicht hier, äh, plattrollen lassen von diesem Mumienkopf hier. So, äh, ich mache das von der anderen Seite, weil das mir sicherer erscheint. So, haha, und, äh, aufgewärmt. Ne? Oh, oh, ach, du Kacke. Hier sind Feuerdinger, die böse sind zu mir. Die wollen mich verkokeln. Gucken. Oh, 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 oh. Stürmisch hier aus, wie in den Alpen, ungefähr. Oder eher im Himalaya, ne? Das trifft es, glaube ich, vielleicht eher. Ah, ich habe Lust auf einen Tee, fällt mir gerade ein. Ich glaube, ich mache nach dieser Aufnahme mir einen lustigen kleinen Tee. Mal gucken, welche Sorte kann ich euch dann im nächsten Part sagen. Und live einen Schluck trinken. Aber erstmal müssen wir hier diesen Part beenden und das Level vor allem schaffen. Oh nein, gegen den Strom. Das gefällt mir nicht, vor allem, weil ich so low bin und gegen Fledermäuse kämpfen muss, ey. Oh mein Gott. Und gegen Yetis. Ich hoffe, hier fällt jetzt nichts auf mich rauf, denn das ist immer so eine Sache, die sehr uncool ist. Ah, Hilfe, Fledermäuse. Na, oh. Shit. Soviel dazu. Naja, aber immerhin sind wir jetzt wieder full HP. Also das ist zumindest eine Sache, die ganz gut ist. Aha. So ein Power-Up hätte ich doch ganz gerne, auch wenn es nur Eis ist. Aber besser Eis als nix, sage ich immer, ne? Autsch. Oh, ich habe gar keine HP verloren. Da war ich mir eigentlich sicher, dass ich HP verlor, aber war nicht so. Alter, man kann gar nicht hier mit Eis angreifen, weil die Strömung zu stark ist und man immer zurückgetrieben wird. Was ist das denn für ein Mist? Ah, jetzt kommt Kirby voll gerade laufen. Ja, das ist das Ziel. Aua, nochmal ordentlich Schaden gefressen. Aber geschafft. Und ich hoffe, wir bekommen den Glückskristall von hier, Miss Sunflora. Ne, nicht? Warum nicht? Oh nein. Verdammt. Okay, das muss ich nochmal machen. Verdammte Kacke. Äh, okay. Das ist jetzt ein bisschen mies. Naja, okay. Ich, äh, mache das eben noch und dann zeige ich euch, wie ich den Glückskristall noch einsammle. Ähm. What the fuck? Ein Metroid? Haha. Naja, äh, ich muss das hier nochmal machen. Bis gleich, Leute. So, wir sind wieder am Ziel der Stage angekommen und diesmal haben wir es tatsächlich geschafft. Ich glaube eben, habe ich zwar alle Blumen befreit, aber aus Versehen eine nachträglich noch plattgetreten. Und das tut mir schrecklich leid, aber jetzt habe ich es tatsächlich nochmal geschafft. Das freut mich. Und yes, ein Stern. Das ist genau das, was ich wollte. Okay, cool. Damit haben wir die erste Stage vom Iceberg geschafft. Und das nächste Mal gucken wir, was dieser Metroid hier uns zu sagen hat. Also bleibt auf jeden Fall dran und ich mache mir jetzt einen Tee. Also, bis das nächste Mal, Leute. Take care. Bis zum nächsten Mal.